Torch, siehst du etwas? Es ist Spielzeit! Pones! Pones! Hier kommt unser Freund, um uns zu helfen! Team Toolbox? Ihr müsst euch das ansehen! Kommt nach Hause! Komm Torch, wir haben zu arbeiten! Hallo Team Toolbox! Es gibt einen Notfall am Path-Tree! Bill Dozer hat versucht, das Excalibur-Schwert aus dem Stein zu ziehen. Aber er zerrte zu hart und seine Raupenklicken sind gebrochen. Die Zahnräder sind überall und jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Bill Dozer braucht Hilfe, um herauszufinden, wohin sie gehören und sie wieder zusammenzusetzen. Seid so schnell wie möglich, Team Toolbox! Ein Anima-Car wartet auf euch! Anima-Wood! Check! Anima-Tool kontrolliert! Anima-Tool kontrolliert! Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Was werden wir dieses Mal finden? Was ist denn hier passiert? Bist du bereit, Torch? Hol es! So aufgeregt, Sachen zu reparieren! Hier entlang! Es ist nicht, wie es sein sollte! Oh, was für eine harte Nuss! Oh, danke, Kumpel! Oh, danke, Kumpel! Hmmmm! Hmmmm! Hehehe! Teamarbeit für immer! Juhu! Tot und ich finden immer eine Lösung! Ihr müsst zu ihm! Und einen Weg finden, ihn wieder richtig aufrecht zu stoppen! Schnell! Hmmmm! Ich glaube, wir brauchen hierbei etwas Hilfe! Lass uns ein paar Freunde rufen! Anima-Bot aktiviert! Anima-Bot aktiviert! Bye! Anima-Bot! Close! Anima-Bot Anima-Bot! 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 Versuch, nichts kaputt zu machen, mein Freund. Juhu! Hiha! Nutzte deine Kraft! Du bist der Stärkste! Oh! Das wird uns nicht aufhalten. Komm schon, Torch! Los, los, los! Oh, genug davon! Zeit, überwunden! Juhu! Das ist unglaublich! Die Toolbox versagt nie! Es ist Spielzeit! Oh, wirklich? Nein, nein, nein! Wow, danke, Kumpel! Gemeinsam reparieren! Freunde für... Wohooo! Wohooo! Haha! Oh, yeah! Hi, Chihuahua! Torch, komm mal, Hund! Komm schon, Torch, wir haben zur Arbeit. Komm, Torch, wir haben zur Arbeiten. Hallo, Team Toolbox. Und alles Gute zum Geburtstag, Torch. Aber wir müssen jetzt aufhören zu scherzen. Torch, dummer Hund! Es gibt einen dringenden Notfall. Als ihr den Parktree verlassen habt, kam G-Crain und fing an, eure Reste zu essen. Johnny, du hast vergessen, die Kerze auszublasen und jetzt brennt der Ort. Schau dir das arme Animaka an. G-Crain ist in Panik. Es ist ohnmächtig geworden. Du musst dich beeilen. Nichts ist unmöglich für Team Toolbox. Animabot, check! Animatool kontrolliert! bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Team Toolbox ist auf dem Weg! Lass uns dieses Animaka retten! Hallo? 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 Liegt es an mir oder? Wie komme ich da dran? Komm, lass es uns retten! Komm, lass es uns retten! Das sollte funktionieren! Da wurde etwas falsch hin или thata. Wir überhen, wie du, tueel, tueel! Wir sind genau hier! Wasst Luis delicade? Wir möchten doch słuchamam! Nicht! Doch, start ranchen. Und zwar darf es? Wir schaffen das alleine nicht. Wir brauchen Hilfe. Zeit, die Anima-Botsch zu benutzen. Anima-Botsch aktiviert! Anima-Pop, los! Anima-Pop, los! Anima-Pop, los! Anima-Pop, los! Anima-Pop, los! Anima-Pop, los! Ah! Ooooooh! Alright! Alright! Ha ha! Lass uns von hier verschwinden! Juhu! Oh! Das war knapp! Ah! Puh! Oh! 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 Hehehehe! Gemeinsam reparieren! Freunde für E'm! Skippidoo! Das ist unglaublich. Tatsch, du warst uns. Juhu. Ich bin so glücklich. Ich habe eine Idee. Geh entlang, Leute. Irgendetwas stimmt hier nicht. Was soll das? Das ist so unfair. Bereit für ein bisschen Aktion, Tatsch? Komm, Tatsch. Wir haben zu arbeiten. Hallo, Team Toolbox. Es gibt eine Notsituation mit Demo-Lizard. Er erkundete den Wald und steckte den Kopf in ein Fass. Jetzt kann er nicht sehen, wohin er geht und macht überall Ärger. Zuletzt wurde er gesichtet, wie er in Richtung der Riesenbohne ging. Demo-Lizard benötigt sofort eure Hilfe. Anima-Wood. Check. Anima-Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Tatsch? Hilfe ist unterwegs. Beilen wir uns. Ja! Los geht's! Team Toolbox ist auf dem Weg. Komm schon! Hierbei bin ich mir nicht so sicher. Denkst du auf, was ich denke, Tatsch? Das sollte funktionieren. Es ist gefährlich hier oben. Oh nein! Es hängt fest! Niemals! Lass uns einen neuen Trick probieren. Vielleicht doch nicht so mitzunehmen. Ejoo! Ejoo! Uiieah! Ah! Hm! Ah! Hahaha! Keine Sorge! Vielleicht ist es eine gute Idee, eines der anderen Animakars um Hilfe zu bitten. Ihr braucht jemanden, der stark ist, wie Bill Dozer. Anima Botch aktiviert! Anima Botch, los! Anima Botch, los! Oh, richtig! Komm, lass es uns retten! Keine Zeit zu retten, los geht's! Keine Sorge, wir kommen! Oh! 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 Hä? Ich hätte verletzt werden können! Komm schon, auf geht's! Torch! Torch! Vorsicht! Lass uns von hier verschwinden! Oh! Oh! Das war krass! Gute Arbeit! Ich kann nicht warten! Ich kann nicht warten! Ich kann nicht warten! Juhu! Juhu! Warum funktioniert das nicht? Torch! Du machen's! Team Toolbox versagt nie! Team Toolbox versagt nie! Team Toolbox versagt! Xiao! Team Toolbox versagt nie! Komm Torch, wir haben zu arbeiten. Anima Rutsch, check. Anima Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs. Beilen wir uns. Ja, los geht's. Fertigmachen zum Lacken, Torch. Das war knapp. Hey da! Oh, das war knapp. Hey da! Mach dich gefasst! Lass uns reparieren! Ein Anima Tool kann alles beheben! Torch, dummer Hund! Juhu! Ich muss vorsichtig sein! Nein! Ohhhh! Ttock! Was macht ihr? Was machen wir? OK! Anima Bot aktiviert Anima Bot Close Hallo! Wir brauchen deine Hilfe! Komm, lass es uns retten! Keine Sorge, wir kümmern uns um dich! Team Toolbox kommt! Wow! Das sollte funktionieren! Mach dich gefasst! Ja! 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 Das ist ein bisschen was für das Ding! Los, los, los! Oh! 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 Team Toolbox! Auftrag ausgeführt! Komm schon! Bist du bereit, Torch? Hol es! Ja! Guter Junge! Lass uns einen Gang höher schalten! Komm Torch, wir haben zu arbeiten! Hallo Team Toolbox! Wir haben ein Problem am Giant Bean. Real Elephant dreht durch! Er begann ein Loch zu graben, wie er es normalerweise tut. Aber dann machte er einfach weiter. Jetzt kann er nicht mehr aufhören. Team Toolbox! Ihr müsst Real Elephant stoppen, das gesamte Gebiet von Giant Bean in Schweizer Käse zu verwandeln. Anima Watch! Check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Team Toolbox kommt! Team Toolbox kommt! Team Toolbox kommt! Bam! Mhhh! Wow! Schau dir das an! Huh? Torch, bläst du etwas? Was war das? Puh, das war knapp. Ist okay, Kumpel. Alle für einen und einer für alle. Was für eine harte Nuss. Ich glaube, wir brauchen hierbei etwas Hilfe. Anima-Bot aktiviert. Anima-Bot aktiviert. Anima-Bot aktiviert. Anima-Bot aktiviert. Hier kommen unsere Freunde, um uns zu retten. Gib alles, Kumpel! Gib alles, Kumpel! Gib alles, Kumpel! Mach dich gefasst! Das sollte funktionieren! Vorsicht! Aha, ich kann es nicht glauben! Großartige Arbeit! Denkst du, was ich denke, Torch? Aha! Waha! Team Toolbox! Auftrag ausgeführt! Hallo mein Freund! Hey, wo ist Torch? Torch! Guter Junge! Huh? Torch! Zumachen! Ah! Puh! Puh! Oh! Oh! Guter Junge! Komm schon, Torch! Wir haben zu arbeiten! Team Toolbox! Team Toolbox! Ich sehe, dass ihr Spaß an der Vorbereitung für Silvester habt! Aber eine eurer Freunde ist in Schwierigkeiten! Zita Steel war mitten in seiner täglichen Tauchpraxis! Als ihnen plötzlich eine große Welle an das umgeschwungen! Wir wissen alle, dass Zita Steel gerne in der Nähe des Strandes taucht! Aber heute hat er sich davon tragen lassen und hat vergessen, wie stark die Meeresströmung ist! Die Sonne ist zu heiß und er kann nicht allein in den Ozean zurückkehren! Er braucht eure Hilfe, Team Toolbox! Anima Watch! Check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Schau Torch! Wir sind nah dran! Oh nein! Es steckt fest! Torch! Halt! Liest du etwas? Huh! Ha haa! Los geht's Team Toolbox! Hallo mein Freund! Keine Sorge, wir kümmern uns um dich! Ein Animatol kann alles beheben. Schauen wir uns das mal an. Kippidu! Auf geht's! Wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen Hilfe. Was soll das? Du sagst es, Torch. Teamarbeit für immer. Zeit, die Anima-Bot zu benutzen. Anima-Bot aktiviert! Anima-Bot! Close! Hey da! Hier kommt unser Freund, um uns zu helfen. Keine Sorge, großer Junge. Wir holen dich raus. Bereit, Kumpel? Nutze deine Kraft! Los, los, los! Lass uns zusammen reparieren. Alles wird gut werden. Wir werden das großartig machen. Team Toolbox versagt nie! Hier купeln wir auf. Hier geht's. Woh, los! Schnellen! Böchtung! Töchtung! und Torch. Gemeinsam reparieren, freundet ihr immer.